Und das ist der reale Crashkurs in, wie soll man ihn nennen? Der Crashkurs in totaler Zerstörung von Gesellschaft, menschlichen Perspektiven, menschlichen Wünschen und Natur. Der neoliberale Kapitalismus ist enthemmt, im brutalsten Sinn des Wortes. Eine Gruppe von zahlenmäßig einigen wenigen hundert, 200 bis 300 sagen die Top-Leuten, die die Welt beherrschen. Ein genetischer String in der kleinsten Pflanze im tropischen Regenwald, die sie ausrauben, die sie den Leuten, den Menschen klauen und die sie privatisieren und zu Hause patentieren lassen. Die Wall Street allein besitzt zwei Jahresernten an Weizen in irgendwelchen Depots. Seitdem es Zahlen gibt über Umverteilung, haben wir heute die ungleichste Einkommens- und Vermögensverteilung weltweit. Sei es räumlich, sei es sozial. Global bestehen wir 99% aus Schuldnern und die 1% sind die Gläubiger. Und wir sind in Geiselhaft der 1%. Frau Merkel, die 1,4 Millionen mit vollen Händen sozusagen in die Bankbilanzen geschleust hat, dreht sich nicht rum und nimmt den Hut auf der schwäbischen Hausfrau und sagt, Liebe Leute, wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt, wir müssen sparen. Ja, jetzt müssen wir sparen. Vorher, als die Bankbilanzen mit Steuerzahlergeld der nächsten zwei Generationen geflutet wurden, mussten wir nicht sparen. Das ist ein Putsch. Das ist ein Putsch der EZB, des IWF und der EU-Kommission in Griechenland. Und dass das griechische Volk aufsteht, ist nicht mehr als eine Lebensverteidigung. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20% es wird lebhaft. 50% positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Die machen dieses, jede denkbare Verbrechen, heute schon für 25% Rendite. Und das sind die Verbrechen, die wir sehen. Dafür werden die neuen brutalsmöglichen Kriege geführt für Öl im Irak. Sie lassen sich das nicht gefallen, was wir hier machen. Seid euch dessen bewusst und wir müssen uns dessen bewusst sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.